Wir sind gerade in einem ganz, ganz wichtigen Thema unterwegs. Dieses Thema heißt gerettet und frei. Ihr seht es hinter mir. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht nur zwei Predigten lang beschäftigen wollen, sondern auch gestern Vormittag uns im Weitwinkel getroffen haben mit über 25 Leuten und uns wirklich damit beschäftigt haben, was bedeutet es, gerettet und frei zu sein. Und wie können wir auch Menschen helfen, Menschen begleiten, in diese Freiheit zu kommen, die Jesus uns gebracht hat. Und das Thema ist so wichtig und ich freue mich, dass Carol Ann heute Morgen da ist und uns da einfach weiterführt. Und ja, öffnet einfach euer Herz für das, was Gott ihr ins Herz gelegt hat. Und vielen Dank Bettina auch fürs Übersetzen. Kommt gerne nach oben. Guten Morgen. Es ist sehr gut bei dir zu sein heute. Guten Morgen. Sehr schön, dich mit dir heute Morgen zu sein. Als wir heute Morgen hier für den Gottesdienst gebetet haben, da hatte ich das Empfinden, dass manche von uns die Last der Welt tragen oder ein Teil der Last der Welt tragen. Und ich fühle, dass Gott heute Morgen zu uns sagt, zu mir und zu euch heute Morgen. Er möchte, dass wir diese Last ablegen. Und die Last seiner Gegenwart zu tragen. Und seine Versprechen ist es, dass die Last leicht ist. Seine Last ist leicht. Und eben seine Last ist leicht. Amen. So, heute Morgen habe ich eine Frage für euch. Lebt ihr in einem Leben des Überflusses? Ist euer Glaube unerschütterlich? Ja oder nein? Ja oder nein? Und vielleicht sind ihr ein Leben des Überflusses, except in this one part. Vielleicht lebst du ja auch ein Leben im Überfluss, außer jetzt in diesem kleinen einen Bereich. And I don't know about you, but I want to live in this fullness of abundant life. Aber ich möchte in dieser Fülle leben, dieses überfließenden Lebens. Ich möchte nichts von dem verpassen, was er mir schon gegeben hat. Wenn wir uns die letzte Unterhaltung haben, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor er gefangen genommen worden ist, da sagt er in Johannes 15, bleib in mir. Und wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen. Also wenn ich das dann merke, mein Leben bringt nicht so viel Frucht oder nicht so viel Frucht, wie ich mir das wünsche. Was mache ich dann? Vielleicht könnt ihr gerade mit mir in die Bibel schauen oder in eure Bibel-App. Und wir gucken uns mal das ganze Kapitel von 1. Thessalonica 5 an. Und Paul nimmt uns mit hinein, wie es in der Endzeit aussehen wird. Und jetzt können wir uns vorbereiten. Und Paulus ermutigt die Gläubigen, dass sie Kinder des Lichts sind. Anders als der Rest der Welt ist und dass man wach und nüchtern ist. Und er sagt, dass wir Glaube und Liebe als ein Brustpanzer anziehen dürfen. Und Hoffnung als ein Helm. Und ihr wisst, Hoffnung schützt unsere Gedanken und eben unseren Verstand auch gegenüber den Lügen. Und Paulus sagt, wir wollen uns einander ermutigen und uns aufbauen. Also macht ihr das, dass ihr euch ermutigt und gegenseitig aufbaut? Und Paul endet dann in Vers 22, beziehungsweise im Deutschen ist es Vers 23 mit diesem Gebet. Und ich denke, Christoph... Ja, should I read it? Ja, please. Gerne. Das ist 1. Thessalonica 5, 22. Hier haben wir 5, 23. Ich lese mal aus der Schlachter. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Also dieses Leben im Überfluss ist nicht nur mein Geist. Es ist mein Geist, mein Seel und mein Körper. Das betrifft meinen Geist, meine Seele und meinen Verstand. Äh, und meinen Körper. Und Christoph hat uns letztens mit reingenommen, wenn ich wiedergeboren bin, dann ist mein Geist errettet. Ich bin eine neue Kreatur. Und meine Seele ist jetzt in diesem Prozess erneuert und verändert zu werden. Und indem, dass ich in ihm bleibe, in Jesus bleibe, bringt er Reife in meine Seele. Und künftig in der Ewigkeit dann wird mein Körper verherrlicht sein und unsterblich. Ich denke, es hat mir eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass Jesus nicht nur etwas für mich und es hat eine Weile gebraucht für mich, dass Jesus nicht nur etwas für mich getan hat. Er hat etwas an mir getan. Und wenn er uns aus der Dunkelheit nimmt und uns ins Licht stellt, dann bin ich wirklich eine neue Schöpfung. Ich bin jetzt kein Sünder mehr, aber ich bin heilig. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und jetzt werde ich verändert in dieses Bild Christi. Und so wie meine Seele dann reif wird als gläubige Person, dann muss ich eben meinen Willen, meinen Verstand und meine Gefühle dem unterstellen. Gemäß meiner neuen geistlichen Identität. Ich darf mein Denken, ich muss mein Denken erneuern. Weil ich mache nicht Dinge, um meine Identität zu verändern. Ich tue es aus meiner neuen Identität heraus. Und es kommt aus der Offenbarung in der Art, dass ich mehr und mehr erkenne, wer ich bin in Christus. Und da bringe ich mich in Übereinstimmung. Und jetzt erlaube ich nicht mehr meiner Seele und meinem Körper mir vorzugeben, wie ich lebe. Sondern ich lasse meinen Geist entscheiden, wie ich lebe. Und ich bringe dann meinen Körper und meine Seele in Einklang. Ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt kann ich wählen, zu leben wie ein Kind Gottes. Und Paul sagt, wir sind Kinder des Lichtes, Kinder des Tages. Und Paulus sagt, wir sind Kinder des Lichtes, Kinder des Tages. Und oft ist es so, in der Art, wie wir gehen, zeigt immer mehr, wie tief wir verstehen, welche Identität wir in Christus haben. Weil er hat mir nicht nur Vergebung gegeben und Gnade, sondern er hat mich gestellt in ein neues Königreich mit einer neuen Identität. So, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, mit diesem Gedanken, ich bin ein Kind Gottes und ich habe eine neue Identität. und ich weiß das, ich lese das in der Bibel. Und jetzt schaue ich mich so an und denke so, vielleicht da nicht und da nicht. Und das ist so eine kleine Diskrepanz zu dem, was ich möchte, was ich weiß und wie ich es aber auch lebe. Und wenn ich diesen Unterschied sehe, dann muss ich mich entscheiden. Lügt Gott? Wenn er doch sagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, warum ist mein Leben dann nicht gerecht? Oder liegt es an mir, ist was mit mir nicht in Ordnung? Was macht ihr, wenn ihr diesen Unterschied seht? Ich glaube, die meisten von uns werden sagen, ich strenge mich einfach mehr an, besser zu werden. Kann sich jemand eins machen mit oder ist dafür? Und dann sagen wir so, oh Jesus, hilf mir bitte. Heute bin ich ein guter Christ. Und es fühlt sich dann immer so an, als würde ich nie immer ganz heranreichen zu dem, was Gott gerne möchte, dass ich tue. Und wir sehen das auch in den Menschen um uns herum. Wir sehen Enttäuschung. Wir sehen, dass Menschen krank sind oder Schmerzen haben. Es gibt persönliche Herausforderungen, es gibt Sünde. Es gibt Beziehungsprobleme. Unsicherheit, Sorge, Angst. Wir haben ein kleines technisches Problem. Ich glaube, wir brauchen... Ah, oder... Du deckst denzu, wenn ich den anderen auch die. Vielen Dank. Ja, also wir sehen hier diese Angstzustände auch, Depressionen und auch Süchte, die daraus folgen. Und manche von uns sind aggressiv und sind zornig und haben einfach Identitätsprobleme. Und wir sagen dann den Leuten, ihr müsst aufhören, so zu sein. Dann streng dich dann einfach ein bisschen mehr an. Oder vielleicht musst du, liegt es am anderen, der muss sich mehr anstrengen. Schaut mal, da haben wir einen Olivenbaum. Aber keine Oliven. Aber keine Oliven. Und dann denken wir, vielleicht müssen wir dem Olivenbaum helfen, weil sonst sieht ja keiner, dass es ein Olivenbaum ist. Dann gehe ich in den Einkaufsladen und haue mal ein paar Oliven. Und ich hänge sie an dem Baum. Aber morgen, I must buy new olives and hang it again. But tomorrow, also morgen, müssen wir dann alles wieder von vorne beginnen. But it doesn't matter how many olives I put on this tree. Es macht nichts aus, wie viele Oliven ich an diesem Baum hänge. It doesn't make it more olive tree. Das macht es weniger Olivenbaum. Und es macht es auch nicht weniger zum Olivenbaum. Auch wenn bei diesem Olivenbaum jetzt gar keine Oliven hängen, heisst es nicht, dass es kein Olivenbaum ist. Und manchmal, wenn ich dann mein Leben so anschaue und ich sehe nicht dieses Leben in Fülle, das heißt nicht, dass ich nicht wiedergeboren bin. Heisst nicht, dass, was mit mir nicht in Ordnung ist. Das heißt, dass ich in Christus bleibe, damit ich viel Frucht bringe. Also wenn ich dann mein Leben anschaue und ich sehe nicht diese Übereinstimmung, ich sehe nicht so aus wie Jesus, ich höre mich nicht so an wie Jesus. Da ist die Antwort nicht darin, dass du dich mehr anstrengst. Die Antwort ist in Christus, in ihm zu bleiben. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also wenn ich jetzt den anschaue, den Baum und ich sehe, der trägt keine Oliven, dann frage ich mich, was ist nicht in Ordnung mit dem Baum. Und dann ist die Frage, vielleicht ist nicht die richtige Saison, nicht die richtige Zeit. Vielleicht braucht es mehr Wasser oder mehr Sonne. Oder vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Nährstoffe im Boden. Und Jesus sagt in Johannes 15, dass sein Vater der Gärtner ist. Er ist der Wein, genau, der Gärtner. Er ist der Weinstock und ich bin die Rebe und ich hänge an ihm und er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Problemen, die man sehen kann oder die ich sehen kann, die aber eben verschiedene Herkünfte oder Wurzeln haben. Und wir können sie in sechs grundlegende Gruppen einteilen. Das eine ist zum Beispiel eine Attacke oder, ja, des Teufels. Und Epheser 6, da lesen wir, dass der Feind Pläne schmiedet gegen uns. Oder vielleicht hast du auch einen dysfunktionalen Hintergrund. Oder du hast selber falsche Entscheidungen gefällt, die einfach nicht diszipliniert waren, selbstsüchtig und nicht göttlich. Oder dein Lebensstil sieht so aus, dass du mehr für die Welt lebst oder mehr für dich selber anstatt für Gott. Oder du hast einfach mit den täglichen Herausforderungen des Lebens zu tun, das Leben ist nicht fair. Oder du hast mit irgendeiner Art von Krankheit zu tun, mit Schmerzen, Krankheit oder auch einer psychischen Krankheit. Und wenn ich mir die Probleme so anschaue, dann sollte ich nicht versuchen, sie einfach zu lösen, zu reparieren. Ich versuche mich nicht mehr anzustrengen, um das Problem zu überwinden. Ich muss das Hindernis ansprechen, das mich davon abhält, in diese Fülle Gottes zu kommen. Und wie mache ich das jetzt? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, es ist nicht einfach, aber es kann einfach sein. Es ist die gleiche Worte, einfach, einfach. Ja, einfach, einfach. Und du kannst es einfach sagen, man kann es leicht darstellen, obwohl es schwer ist. Also wie kann ich jetzt wachsen in diese Fülle Gottes, um diese Fülle des Lebens zu haben, die Gott für uns hat? Also die simple Antwort sind drei Dinge. Wissen, wer Gott ist. Wissen und verstehen, wer du in ihm bist. Und dich in Übereinstimmung bringen damit. Könnt ihr euch das merken? Wissen, wer Gott ist. Verstehen, wer ich bin. Und mich in Übereinstimmung bringen damit. Wissen, wer Gott ist. Verstehen, wer ich bin in Jesus. Und entsprechend ausrichten. Okay, so lass es mich erklären. Erstmal muss ich verstehen, wer Gott ist. Ich muss ihn wirklich kennenlernen. Nicht über ihn. Ich muss ihn kennenlernen. Ich muss ihn abgeben in ihm. Erstmal muss ich verstehen, wer Gott ist. Ich muss ihn wirklich kennen. Ich muss in ihm sein. Gott ist Liebe. Gott ist faithful. Er ist ein guter Vater. Weißt du die Wahrheit über Gott? Und dann in jeder Situation Gott zu fragen, was ist denn deine Einstellung dazu, deine Meinung? Wie machst du das? Wie gehst du mit der Sache um in deinem Königreich? Romans 12, Vers 3 in der Message. Jetzt kommen wir zu Römer 12, Vers 3 in der Message-Bibel und es deutsch übersetzt. Da steht, Gott bringt alles zu dir. Der einzig richtige Weg, uns selbst zu verstehen, ist, was Gott ist und was er für uns tut. Und nicht, was wir sind und was wir für ihn tun. Also ich fange immer mit der Quelle meines Lebens an. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich fange immer mit ihm an. Also im Zweiten muss ich verstehen, wer ich wirklich bin in dieser neuen Identität. Ich bin Gottes Kind, neu gemacht in Jesus Christus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Mir ist vergeben worden und ich bin zutiefst geliebt. Er freut sich über dich. Und wir kriegen Kraft durch seine Gnade. Ephesians 1, 3 sagt uns, wir sind mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Und ich bin ein Kind des Lichts. In 1. Thessalonika 5, Vers 5-6. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Also ich habe jetzt die Wahl, wenn ich ein Kind des Lichts bin, dann darf ich mein Leben mit dem Licht in Übereinstimmung bringen. Ich entscheide mich, mein Denken zu erneuern, dass er mich transformiert, verändert. Und ich lasse den Heiligen Geist mit mir, an mir arbeiten, dass ich verändert werde zu dem Bild Jesu Christi. Und ich gehe nicht dahin, dass ich versuche, mich mehr anzustrengen, damit ich wieder in Ordnung bin mit Gott. Ich bin gerecht gemacht in Gott durch Jesus. Und jetzt laufe ich entsprechend. Und ich entscheide mich, Jesus zu folgen und in seinen Fußstapfen zu gehen. Ich entscheide mich, mein Leben als ein lebendiges Opfer zu leben. Und ich entscheide mich, mein Leben verfügbar zu machen, als ein Instrument der Gerechtigkeit und nicht der Sünde. In 1. Petrus 1, Vers 13, da lesen wir, Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Also nicht mehr anstrengend. Und ich stelle mich auf die Hoffnung und die Gnade, die ich durch Jesus habe, meinen Verstand stelle ich da drauf. Ich bleibe in seiner Gnade. Ich bin gehörsam zu seinem Wort. Und ich laufe in Übereinstimmung mit dem, was ich glaube. Und jetzt erlaube ich, dem Wort Gottes in mir zu arbeiten, mich zu trainieren in dieser Gerechtigkeit. Und wenn ich das nicht tue, dann ist da so eine Spannung, weil da so ein Unterschied ist zwischen dem, was ich glaube und was ich lebe. Und dann lebe ich nicht im Frieden. Aber wenn da Übereinstimmung ist, wenn ich laufe, spreche und lebe gemäß meines Glaubens, dann ist da so ein Ganzsein für Körper, Seele und Geist. Und dann sind die drei komplett. Und dann bin ich wirklich unerschütterlich in meinem Glauben. Und zuletzt. Und das passiert, diese Art der Übereinstimmung, die bei uns stattfindet, die passiert nicht für jeden individuell, für sich alleine. Das geschieht in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und ja, der Leib Christi, also die Gemeinde, ist genau das. Es ist ein Körper. Und es ist jetzt nicht nur so eine Ansammlung von unterschiedlichen Teilen. Sie sind verbunden miteinander. Und dieser Körper, dieser Leib Christi, der unterstützt mich in diesem Prozess. Und Paulus sagt im Vers 2, Kapitel 2, Vers 11, haben wir das auch auf der Folie? Okay, oder sorry, da ist es, ja. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Und wir sind berufen, uns zu ermutigen und uns gegenseitig hochzuheben. Uns zu trösten, wenn wir zerbrochen sind und wenn wir traurig sind und ja, einfach trauern. Aber uns auch gegenseitig ermutigen oder drängen. Hier steht beschworen, dieses Leben Christi zu leben. Wir sind berufen, ein Leben im Überfluss zu leben. Kein perfektes Leben. Kein problemfreies Leben. Aber wir wachsen und wir werden reifer in Jesus. Weil wir in ihm bleiben. Und wie gehe ich jetzt mit den Herausforderungen im Leben um, die mir begegnen? Also ich habe gesagt, erst mal wissen, wer Gott ist, verstehen, wer ich bin in Jesus und mich in Übereinstimmung bringen. Also wenn Epheser 6 sagt, der Feind schmiedet mich gegen mich, das bedeutet, dass ich manchmal den Anfechtung des Gehörers erleben werde. Und wenn Epheser 6 uns sagt, dass der Feind Pläne schmiedet gegen uns, dann kann ich davon ausgehen, dass es Herausforderungen oder Anfechtungen geben wird. Und dann muss ich wissen, Gott ist größer als der, der in der Welt ist. Alle Autorität im Himmel und auf Erde ist Jesus Christus gegeben worden. Und ich bin ein Kind Gottes. und ich identifiziere mich mit seinem Tod und mit seiner Wiederauferstehung. Und weil er den Sieg errungen hat, bin ich da inbegriffen und habe den Sieg ebenso. Also ich nehme das an, Jesus Christus und was er für mich getan hat. Ich stehe fest in ihm. Ich unterstelle mich Gott. Ich bin in ihm, in seiner Autorität und widerstehe dem Teufel dann. Ich habe Christus wie angezogen und ich stehe in seiner Waffenrüstung. Und ich überwinde durch die Kraft seines Namens. Und ich kann stehen und stehen bleiben in seiner Kraft. Oder vielleicht habe ich mich auch entschieden, einen Lebensstil zu leben, der Gott nicht entspricht. Und vielleicht lebe ich dann in diesem Kampf, mich schuldig zu fühlen und in Scham. Dann habe ich mich entschieden, mich verfügbar zu machen für Sünde und nicht für die Gerechtigkeit. Was mache ich dann? Gott ist heilig. Ich bin die Gerechtigkeit. Und wie bringe ich das in Übereinstimmung? Und dann bekenne ich meine Sünde, den ungöttlichen Lebensstil und tue Buße. Kehr um. Metanoia im Griechischen ist dann dieses Gedanken erneuern. Und ich gehe in Übereinstimmung mit seinem Wort und mit seinem Willen auch für mein Leben. Oder vielleicht habe ich auch die täglichen Herausforderungen in meinem Leben. und ich denke dann, Gott, du bist doch ein guter Vater, warum passiert mir dieses schlimme Ding? Was mache ich jetzt? Und dann erinnere ich mich daran, Gott sagt, ich werde dich nie verlassen. Und Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr Herausforderungen haben. Aber, ja, fasst euch ein Herz. Ich habe die Welt überwunden und ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Und ich weiß, der Heilige Geist ist hier, um mich zu ermutigen, um zu trösten, um mich zu führen und mich zu lehren. Und Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern den der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und er sagt, ich bin durch ihn gesetzt an himmlischen Orten. Das heißt, ich habe eine ganz neue Perspektive. Ich schaue mein Leben nicht nur an im Zuge dieses Jetzt und Hier, sondern ich schaue mein Leben an aufgrund der ewigen Hoffnung, die ich habe. Und ich versuche nicht, das alleine zu machen. Ich bleibe in ihm. Und ich bleibe verbunden mit Menschen, dass sie mich auch unterstützen können und ermutigen, dass ich dranbleibe und nicht aufgebe. Gott hat uns nicht ein besseres Leben gegeben, aber er hat uns eine bessere neue Identität und eine bessere Hoffnung in ihm gegeben. Also muss ich ihn kennen, ich darf meine Beziehung mit ihm vertiefen. Die neue Identität in ihm neu verinnerlichen. Und dass ich das fest im Geist eben habe und ergreife und dann entsprechend lebe. und da ist die Anstrengung, ein diszipliniertes Leben zu leben, weise und göttliche Entscheidungen zu fällen und mich auch in die richtigen Dinge zu investieren und dran zu bleiben und nicht aufzugeben und mich zu entscheiden, in Reife zu wachsen. Und in 1. Thessalonica 5 lesen wir, er, der uns beruft, er ist treu und er wird es tun. Gebt ihr euch dem Vater eurer Seele hin? Bleibt ihr in ihm? Und erlaubt ihr ihm, euer Gärtner zu sein, der Weingärtner, dass wir in diese Fülle kommen des Lebens. Und es wäre super, wenn wir einen kleinen Moment der Ruhe nehmen würden, kleine Momente darüber nachzudenken und Miller wird uns dann ins Gebet mitnehmen. Wenn ihr diese Zeit nutzen könntet, Carol Ann hat uns mit reingenommen, dass es darum geht, zu wissen, wer er ist. Nehmt euch doch mal einen Moment und hört von Gott selber, was er sagt, wer er ist. Lasst uns eine Minute nehmen, schließt mal eure Augen und habt Zeit mit Gott. Gebet mit Gott, dannimmst dir deinifall. Amen. Amen. Du bist der Schöpfergott, unser Retter, der immerwährende Vater, der Friedefürst. In dir finden wir alles, was wir wissen müssen. Und Herr, ich möchte für jeden Einzelnen von uns beten, dass du uns immer mehr und mehr zeigst, wer du bist für uns. Und Herr, wir wissen, dass es nie aufhören wird, weil du bist der Gott, der Wunder macht. Und danke, dass du uns in diese Beziehung zu dir mit eingeladen hast. Und ich habe so den Eindruck, für uns alle, das möchte ich gerne was weitergeben. Wenn du mit dem Auto fährst und du kommst so an den Bordstein ran, dann kann sich die Stellung der Reifen verändern. Und wenn du dann fährst, dann schüttelt sich das Auto. Und ich habe so das Empfinden, dass hier Menschen sind, die gerade eher so einen Bordstein vielleicht gerammt haben. In deinem Leben ist da was passiert und es hat dich so durchgeschüttelt. Und wenn du dann, wenn deinem Auto sowas passiert, wo gehst du dann hin? Dann gehst du zur Reparatur, in die Werkstatt. Manchmal kannst du es nicht alleine lösen, das Problem. Und heute Morgen wollen wir so einen Moment schaffen, eine Möglichkeit geben. Es gibt hier eben liebe Freunde, die mit euch gerne beten möchten. Könnte ich euch bitten, alle aufzustehen, die ihr das könnt? Und wenn du so eine neue Übereinstimmung brauchst in deinem Leben, dann möchte ich dich einladen, einen Glaubensschritt zu tun. Dass du einfach die Hand hebst und sagst, hier bin ich. Und dann bitte ich den ganzen Leib hier, den Leib Christi, die Gemeinde, stellt euch doch einfach neben diejenigen, die mutig die Hand gehoben haben. Und auch wenn die Gebetsleute unsere Lieben würden, würdet ihr euch einfach auch zu denjenigen stellen, die die Hand heben. Und wir sind nicht für allein erdacht worden. Genau, es wäre super, diejenigen, die die Hand heben, dass da einfach jemand daneben geht und vielleicht die Hand auf die Schulter legt. Kannst du jetzt fühlen, dass du nicht alleine bist? Und Gott hat es nie vorgesehen, dass wir durch Schwierigkeiten alleine gehen. Und ich bete gern für uns alle. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass du schon entschieden hast, dass du uns liebst. Dass du uns nie verlassen wirst. Dass du möchtest, dass wir ein Leben in Fülle haben. Und Herr, wir legen dir unsere Leben hin diesen Morgen. Würdest du uns bitte neu in Übereinstimmung bringen? Würdest du uns befreien, da, wo wir Befreiung brauchen? Und wo wir anders denken sollen, da veränderst du unser Denken. Möge dein Heiliger Geist uns ermächtigen, Kraft geben. Dass wir die Frucht bringen, die du im Blick hast. Und es ist die Frucht des Geistes. Und wir danken dir, Jesus, für deine Treue. In Jesu Namen. Amen.